Habt ihr denn schon mal was von dem Wort Integration gehört? Ja. Was bedeutet Integration? Das ist, wenn man andere ausschließt, ne? Ja, eben nicht. Wer von euch hat deutsche Freunde? Deutsche Freunde? Jessica, na? Ja? Ich? Kein einziger. Ich auch nicht. Ich glaube auch kein einziger. Ne, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, Garosi, hast du deutsche Freunde? Nein. Nein. Na klar, ich hab's jetzt. Du, Valentina, hast auch keine deutschen Freunde? Warum hast du keine deutschen Freunde? Weil sie nicht zu uns gehören. Ich kann nicht durch, ähm, so klein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Kannst die Deutschen nicht so gut leiden? Das ist so, draußen hängst du mit Deutschen ab, machen die andere Sachen an, die du machst. Zum Beispiel, wie Schweinefleisch essen. Man ekelt sich dann vor denen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sowas schon sehe, ekele ich mich. Guck mal, wenn die Ausländer alle bleiben würden in Deutschland, ne? Und die Deutschen nur für einen Tag verschwinden, ne? Das würde nicht auffallen. Ja. Musik Stopp! Stopp! Gena, wo wollt ihr hin? Bitte? Nee, die anderen stören nicht so wie du. Betil Dormas, türkische Lehrerin an der Malteser Förderschule in Gelsenkirchen. Wie sie selbst haben 70% ihrer Schüler ausländische Wurzeln. Ja, machen wir mal. Es ist kalt. Weißt du, was dagegen hilft? Bewegen. Wir machen aber fast alle keinen Sport mit. So, würdet ihr euch mal ein bisschen beeilen, meine Damen? Almira, komm, jetzt macht ihr zack, zack. Im Sport sind die muslimischen Mädchen unter sich. Eine gute Gelegenheit, sich offen mit ihrer Lehrerin auszutauschen. Die meisten legen hier ihr Kopftuch ab. Nur die 15-jährige Lumi möchte das nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, Lumi, du trägst kein Kopftuch. Und du kannst jetzt nicht sagen, Frau Dormas, du trägst aber ein Kopftuch. Man darf niemanden zwingen. Genau das ist es. Man darf niemanden zwingen, etwas zu tun, nur weil man sagt, das ist jetzt mein Glaube. Ich bin auch Moslem, genau wie du, aber ich trage kein Kopftuch. Okay, dann wollen wir mal starten. Und was ist denn das hier? Bethel Dormas möchte ihren Schülerinnen vor allem Selbstbewusstsein geben. Denn in streng traditionellen Familien ist die freie Entfaltung für Mädchen nicht vorgesehen. Spaß am Sport und ein gutes Körpergefühl sollen gestärkt werden. Der Speck muss runter, der Sommer steht vor der Tür, Mädels. Die Schülerinnen sehen Bethel Dormas als eine von ihnen. Dabei ist sie ganz anders als die meisten Frauen in den Familien. Ich bin der Meinung, dass ich wirklich auch in dem Sinne Vorbild bin. Und dass meine religiöse und politische Neutralität, dass die immer gewährleistet sein muss. Und wenn ich ein Kopftuch tragen würde, das ist ein religiöses Symbol, dann würde ich ein bestimmtes Bild vermitteln. Und das möchte ich einfach nicht. Also die Neutralität ist mir enorm wichtig. Ich sage mal ein Beispiel. Ich habe mal, oder manchmal trage ich zwei Zöpfe. Und wenn ich zwei Zöpfe trage, dann merke ich in der nächsten Woche laufen einige Mädchen mit Zöpfen rum. Und von daher habe ich eine gewisse Vorbildfunktion. Und ich möchte die nicht untermauern mit religiösen oder politischen Symbolen. Fang einfach an, ihr seid große Mädels. Bei euch muss ich nichts vorschreiben. Blumne. Albanien. Ja. Gut. Albanien ist drin. Soll ich es mit holen? Ja. Jessica ist im Fußballverein, das merkt man. Kann sie welche Sachen besser verstehen, weil sie auch den türkischen Hintergrund hat? Sie versteht alles, was ich ihr sage. Wie ich das meine. Wenn ich das nicht so gut erklären kann, dann versteht sie das schon. Dann erklärt sie und dann sage ich ja oder nein. So ist es. Man kann ja auch alles anvertrauen. Die ist so ruhig immer auch eigentlich so. Die ist auch streng, aber die weiß auch, wo sie streng sein muss, damit wir lernen, dass da jetzt Stopp ist auch mal. Frau Dumas ist nicht wie eine Lehrerin für uns, sondern auch wie eine Freundin. Gerade die Schüler, die im Unterricht gerne auffallen, reagieren auf unsere Dreharbeiten aggressiv. Einige dürfen wir gar nicht zeigen. Bei ihnen ist die muslimische Lehrerin mit ihrem modernen Frauenbild unbeliebt. Wo kommt ihr her? Wieso? Wieso? Ja. Nee, nee, nee. Die Pause ist ruhig. Während die Pause ist, ist die Toilette zu? Nein. Warum kommst du jetzt 20 Minuten zur Strecke? Ja, so. Ja, okay. Dann gehst du jetzt in den Trainingsraum. Weil du nicht pünktlich zum Unterricht erscheinst. Geht ihr jetzt mal bitte? Geht ihr mal bitte raus? Du gehst bitte auch raus. Die Schüler beäugen mich natürlich kritisch und ich entspreche natürlich nicht ihrem religiösen Weltbild. Ich trage kein Kopftuch, ich bin geschieden, ich bin alleinerziehend und dann war ich auch noch mit einem deutschen Mann verheiratet. Das sind natürlich alles so Grenzen, die ich überschreite, die es bei denen nicht gibt. Die haben wirklich einen ganz bestimmten, einen ganz kleinen Fokus, der ist wirklich so. Und da wird nicht über den Tellerrand hinausgeschaut. Und ich lebe jetzt ganz viele Sachen, die für viele Muslime, für strenggläubige Muslime wirklich undenkbar, ja undenkbar ist. In der Gelsenkirchener Förderschule sind Kinder der Klassen zwei bis zehn. In den meisten Fällen landen die Schüler hier mittlerweile nicht mehr wegen einer Lernbehinderung, sondern aufgrund ihrer Sprachprobleme und Verhaltensauffälligkeiten. Gerade für jüngere Kinder ist die Schule manchmal fast wie ein Zuhause. Wir sehen uns, ne? Hör doch mal auf, Abdullah! Also, der Slavisha, wo ist der Slavisha? Elvira, Songül und Salia. Wir wollen nochmal über höfliches und unhöfliches Verhalten sprechen. Weil anscheinend, wenn ich hier raus bin, gibt es Kinder, die sich nicht so gut benehmen. Wo ist man hilfsbereit? Macht ihr ganz oft? Zum Beispiel jetzt, seine Puppe Arne ist weg und der ist runter und der sucht ihn. Und zum Beispiel, ich nehme ihn auf und ich habe gesagt, Entschuldigung, hier ist die Puppe. Abdullah, du passt dich auf, merkst du es? Was kann man noch machen bei der Mama? Wenn meiner kleinen Bruder überall dreckig macht, dann helfe ich meine Mama es aufzuräumen. Aufräumen, genau. Bethel Domas möchte die Kinder auf ein gutes Miteinander im Alltag vorbereiten. Dafür muss sie auch noch bei 12-Jährigen ganz klein anfangen. Wer hilft seiner Mutter beim Staubsaugen? Ja, hast du das schon mal gemacht? Ja. Sag ganz ehrlich. Naja, wirklich. Super! Finde ich total gut. Wer hat schon mal gestaubsaugt? Bei den Mädchen bin ich mir ganz sicher. Salia? Noch nie, ne? Brauchst sie nicht. Wir sind vom Stammenehmen, wir nehmen gerne. Nein! Überlegt euch mal, wie kann ich denn zu Hause mal hilfsbereit sein? Marc! 80% Sozialverhalten trainiere ich mit den Kindern. Das ist viel? Ja, das ist viel, aber viele Kinder bekommen das von ihrem Elternhaus nicht vermittelt und dafür sind wir dann da und müssen das quasi versuchen auszugleichen. Der Schulleiter Peter Merten hat ein Gespräch mit Amira. Wir dürfen nicht dabei sein, denn die Libanesin flippt schnell aus. Amiras aufbrausende Art beeindruckt die Mitschüler. Sie haben sie zur Schulsprecherin gewählt. Weil sie in einem ihrer Wutanfälle gewalttätig geworden ist, droht ihr jetzt eine Strafe. Ich bin einer der schlimmsten Schüler hier auf dieser Schule, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein Mädchen hier auf der Schule einfach nur aus Spaß eine Backpfeife gegeben. Die tut noch nicht mal eine Fliege weh. Dann kam die Polizei. Meinst du mir, ich muss vor Gericht? Ich meine, warum vor Gericht? Ja, angeklagt. Ich so, okay, ich gehe. Dann war ich vor Gericht, habe eine Aussage gemacht, habe mich da Schrott gelacht. Und weil ich mich Schrott gelacht habe, habe ich nicht nur Arbeitsstunden, sondern auch einmal Wochenende Arrest gekriegt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mit meinem Verhalten im Moment will ich erreichen, aus dieser Schule geschmissen zu werden. Es waren nur noch 11 Wochen, aber ich will so geschmissen werden. Besser, die schmeißen mich, als dass ich nicht zur Schule komme und Bußgeld bezahlen muss. Und was dann? Ja, keine Ahnung. Zuhause, ne? Mädels in dem Alter mit 16, 17 Jahren, die die Pubertät voll ausgelebt haben, die sich interessieren auch für das andere Geschlecht, für das Freizeitverhalten am Bahnhof, alles was dazu gehört, Handy, Sonnenbank, das ganze Programm. Die kriegen mit, das ist in absehbarer Zeit zu Ende. Mit spätestens 20, 21 Jahren sucht die Familie einen Ehemann. Und dann heißt es im Grunde genommen, die Rolle zu Hause zu übernehmen, wie es ihre Mutter auch schon vor Jahren gemacht hat. Und ich glaube, Amira, das gehört auch wesentlich dazu, dass die einfach sich nochmal ausleben will. Austoben will, bevor diese Perspektive halt ansteht. Und ich glaube, sie ist clever genug, dass sie sagt, jetzt oder nie. Und ich glaube, das ist ganz realistisch. Und frustrierend auch für uns alle natürlich. Was aus Amira wird, zeigt sich erst in zwei Jahren. Für viele muslimische Mädchen ist ein Beruf gar nicht erwünscht. Offen darüber zu sprechen, erfordert Mut. Es gibt welche Eltern, die zwingen, ihre Kinder zu heiraten. Aber ich weiß nicht, was die Eltern heiraten finden. Die sagen immer so schnell, da soll die Tochter weggehen. Ich weiß nicht warum. In den Pausen hören wir viele Schimpfwörter. Auch das Wort Christ. Von Elvira aus Klasse 6. Sie steckt in einem Streit mit einer deutschen Mitschülerin. Und bekommt Unterstützung von ihrer Clique. Im sogenannten Trainingsraum landen Schüler, die den Unterricht stören oder aggressiv werden. Als seien sie Sozialarbeiter, sind die Lehrer im Wechsel hier bei der Arbeit. Elvira ist immer häufiger Gast hier. Ich schreibe gleich in seinen Kontakte auf Türkisch, dass die Mama morgen früh hier erscheinen soll. Und Herr Merden war sauer auf dich. Das ist ja wieder stark. Mehr als sauer. Vorak, es ist heute der zweite Schultag. Der zweite Schultag und du sitzt hier. Elvira, der zweite Schultag, ne? Ja. Ja, ich finde das nicht mehr lustig. Ich danke dir, Frau Sunke. Die geht nicht eher. Nein, die geht nicht eher. Wir beide unterhalten uns jetzt gleich schön. Nein, nein, die Mama ist noch nicht da. Ja, mein Vater ist auch am Schlafen. Der Papa ist noch am Schlafen. Das ist schön. Warum schläft der Papa noch? Ja, weil er die ganze Nacht wach bleibt. Warum bleibt er die ganze Nacht wach, der Papa? Weiß ich. Nur am PC, glaube ich. Was macht er? Nur am PC. Der Papa ist nur am PC die ganze Nacht? Ja, eins im Kampfspiel. Ach, das ist auch schön. So, was hast du denn? Warum bist du hier? Weil ich die Mary bedroht hab. Genau, weil du die Mary bedroht hast. Ja. Also das eigentlich Schlimme für mich ist nicht, dass du das mit dem Liebesbrief gemacht hast. Das finde ich auch schon schlimm. Das finde ich auch schon ganz schön heftig. Ich weiß. Ne? Und du weißt, dass das der Mary richtig, richtig weh getan hat. Ich weiß. Aber was richtig schlimm ist, Elvira, ist das, was du hinterher gemacht hast, ne? Was denn? Ja, dass du ihr gesagt hast, dass sie das niemandem erzählen darf. Das hat Stana gesagt. Aber du hast das auch gemacht. Und ich habe ganz genau gesehen, was du auch für Gesten gemacht hast in der Turnhalle. Dann ihr nochmal Schläge anzudrohen, ist schon hart, ne? Ja, das wollte ich nicht sagen, aber das hat Stana gesagt. So, ich möchte, dass du jetzt hier bleibst noch, bis ich mir sicher bin, dass die Mary gut zu Hause angekommen ist. Boah, pff, ich bin sie rot, Alter. Und sie hat ja Angst vor euch. Sie hat Angst, ja, und auch offensichtlich ja zu Recht, wenn ihr 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 Schläge androht. Und ich glaube wirklich fast, ihr hättet das auch gemacht, wenn mir das nicht aufgefallen wäre, wäre auf dem Nachhauseweg wäre was passiert. Da rennt jemand hier rum, nimmt an unserem Unterricht teil, nimmt an der Tanz AG teil, traut sich nicht. Wirklich, das sind ja auch schlimme Sachen. Das ist Erpressung, das ist Bedrohung, das ist Mobbing. So, ich habe das jedenfalls im Auge und ich werde eben Frau Sunkel nochmal fragen, wie wir das auch nochmal hinkriegen, dass du da irgendetwas wieder gut machst. Aber das Erste, was du wissen musst, ist, dass wir das ganz, ganz klar beobachten werden. So, gut, dann darfst du das beobachten. Ja. 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 Christ als Schimpfwort. Elvira sagt es wieder. Kann das sein, dass du aus der Tanz AG ausgeschlossen wirst? Das können wir uns überlegen. Ja, das können wir uns überlegen. Und wenn du hier wirklich uneinsichtig bist, Elvira, dann kommst du um sieben Uhr bis halb acht zur Schule, damit hier die anderen Kinder wirklich sich nicht bedroht fühlen. Das können wir auch machen. Auf dem Nachhauseweg ist Elvira wieder bester Laune. Sie schwärmt von einem Tanzkurs, den sie gerne besuchen würde. Ihre Mutter erlaube das aber nicht. Aber es macht sehr Spaß zu tanzen, sehr. Also wenn ich tanze und so mitmache und gucke, dann mache ich es einfach nach. Ich steppe ab und so. Es macht sehr Spaß. Elviras Mutter stammt aus dem Kosovo. Sie ist alleinerziehend. Elvira hat noch zwei ältere Geschwister. Wie ist die Schule für dich? Ich gehe gerne, gerne. Aber meine Mama sagt, gehe manchmal nicht, weil so und so, wir gehen besuchen und so. Was heißt das? Also du sollst manchmal zu Hause bleiben? Ja, weil ich muss sie auch kümmern, weil sie hat auch Kopfschmerzen. Sie hat hier immer so große Schmerzen gehabt. Deswegen bin ich nicht zwei Tage gekommen. Und was machst du dann, wenn du zu Hause bleibst? Wenn ich nach Hause bleib, dann helfe ich meine Mama so putzen und dann mache ich meine Hausaufgabe, gucke ich Fernsehen und dann so halb neun gehe ich ins Bett. Manchmal auch zwölf Uhr. Ja, ich habe gehört, du bist manchmal nicht so ausgeschlafen in der Schule, ne? Nein, nein. Ich habe die bedroht. Dich? Ja. Mich, das ist mich und dann ich sie. Okay. Dann haben wir uns gestritten. Sogar Dings, ich heiße Darm. Ja.